Die Spezialpower Bomben kann nun weiterentwickelt werden. Besuche Waddledees Waffenladen. Jo, das tun wir direkt und damit willkommen zurück zu Kirby und das Vergessene Land. Bitteschön, hier sind die Baupläne. Die Baupläne, weil wir andere schon gesammelt haben, aber die noch nicht geupgradet haben. Hui, hast du da etwa eine Sucherbombe, Blaupause? Los, gib schon her. Und nicht wundern, ich war schon im Waddledee-Dorf und da wurde es dann angezeigt. Nur ich musste halt vorher was für einen Part vorbereiten, deswegen musste ich das dann alles wegdrücken und konnte es nicht zeigen. Aber ist auch nicht schlimm, ist ja nichts Wichtiges, ist ja immer derselbe Einspieler. Ja, du kannst es upgraden. Also, ja, braucht man nicht unbedingt sehen, wie ich finde. Also gut, ich hole nur eben schnell mein Werkzeug. Dann können wir gleich mit dem Entwickeln loslegen. Alles klar, dann mach das mal. Vielen Dank für deine Geduld. Die Spezialpower Bomben kann nun zur Sucherbombe entwickelt werden. Ja, Mann. Aber nicht nur das. Achso, nee. Hier hinten ist nix. Hier, hier sind die beiden. Moment. Bombe und... Achso, wir hatten nur Eis. Ja, okay. Eisbärte Eisblaupause. Okay. Ist um einen Balken stärker und um einen halben schneller. Okay, ja gut. Machen wir trotzdem. Obwohl es jetzt nicht so beeindruckend ist. Aber... Kann sich dann Kirby zu einem Eisbärd verwandeln? Mit der Power? Ah, nein. Aber... Er bekommt eine... Ja, niedliche Wollmütze. Die wie ein Eisbärd aussieht. Okay. Das hatte ich jetzt nicht gedacht. Das ist auch cool. Das sieht sehr witzig aus. Ähm, aber ich hatte eigentlich gedacht, dass Kirby so... Ja, so eine Art Maske bekommt. Womit er wie ein Eisbärd aussieht. Aber okay. Das ist auch cool. Sucherbombe Blaupause. Und da bin ich jetzt mal richtig gespannt. Was das bringt. Die Spezial... Äh, ja. Spezial. Die Spezialpowerbomben hat sich zu Sucherbombe entwickelt. Das sieht krass aus. Krass nach... Äh... Uh. Okay. Okay, das ist cool. Sie sucht überall und findet dann so ihr Ziel. Ja, das ist geil. Das ist geil. Auch wenn ich, äh, gedacht habe, dass es so ein bisschen mehr wie Raketen wird. Also wie so zielsuchende Torpedos. Aber okay. Gut. Also, es soll wahrscheinlich nach Hightech aussehen. Ähm. Ähm. Weil irgendwie sieht das ein bisschen Trash aus. Da habe ich mich gerade falsch ausgedrückt. Es sieht... Es sieht krass aus. In dem Sinne, dass Kirby sehr heftig, äh... Sehr heftiges Gear hat. Sehr heftige Ausrüstung. Nur irgendwie, äh... Sieht das halt voll zusammengeklatscht aus. Nun gut. Es soll uns aber nicht jucken. Es geht ja... Um... Die, ähm... Ja, um... Um die... Um die Effektivität von der Waffe. Oder von der Power. In dem Fall. In Kirby's Fall. Nun gut. Dann gehen wir ins erste Wüstenlevel. Ich werde dann für den nächsten Part... Ähm... Mal die anderen Spezialpower vorbereiten. Und dann können wir die auch mal machen. Ähm... Aber... Ja, ich hatte jetzt für diesen Part irgendwie keinen Bock. Ich wollte einfach nur... Ah! Und hier ist direkt eine Straße der Schätze. Cool. Wollte direkt loszocken. Deswegen habe ich das jetzt nicht gemacht. Hebebühnenstopfer, Schatz. Ach, das sind diese... Ja, ja, ja. Das wird lustig. Das wird richtig lustig. Oh, cool. Hier mit den Wellenbrechern. Oh, geil. Aber dass da nichts ist, ist komisch. Ja, gut. Vielleicht können wir es auch erst später entdecken. Keine Ahnung. Zum Kontinent der Ankunft. Ach, das ist in verschiedene Kontinente unterteilt. Ah, okay. Und es macht übrigens sehr viel Sinn, dass... Ah, hier müsste aber später noch eine Straße der Schätze erscheinen. Macht übrigens sehr viel Sinn, dass wir... Ähm... Nicht eine Wasserwelt geboten bekommen. Hier ist schon der Boss. Okay. Interessant. Dass wir keine Wasserwelt geboten bekommen. Sondern was anderes. Oh, aber das können wir schon aufdecken. Okay. Eis. Denn wir hatten ja schon eine Wasserwelt. Nur ich dachte, dass wir... Ja, das war ja eher so eine Strandwelt. Und ich dachte, wir bekommen so eine richtige Ozeanwelt geboten. Wo es halt auch mehr Unterwasserlevel gibt. Ähm... Anstatt, dass man nur über Wasser bleibt. Wäre auf jeden Fall cool gewesen. Aber okay. Dann halt nicht. Fließe den Abschnitt ab. Rette die versteckten Waddle Dees. Also so wie immer. Wir bekommen... Wahrscheinlich nie... Eine... Genaue Ansicht über die... Äh... Mission. Und... Das sieht krass aus. Das sieht schon geil aus. Muss ich sagen. Ist das eine... Nein. Das ist keine Mission. Aber warum war das dann so... Komisch... Versteckt? Aber okay. Ich hab... Äh... Ich hab ja gefordert, dass das... Ähm... Öfter der Fall sein soll. Dass die Sachen... Also die... Die Lebensmittel... Dass die versteckt sind. Und nicht einfach auf dem Weg rumliegen. Also... Schon in Ordnung. Da können wir, glaube ich, nicht runter. Ne, 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 ne. Da können wir nicht runter. Und ich find... In dem Spiel... In dem Spiel... Ist es echt gut... Brauchen wir die Power? Okay. Schade. Ich hätte gern die... Äh... Bombenpower weiter benutzt. Aber... Na gut. Ich find's in dem Spiel echt gut markiert... Wo man lang kann... Und wo nicht. Also das ist ja... Okay, was... Ah, okay. Ähm... Weil... Wenn man dann irgendwo runterspringt... Und sich dann denkt... Ja... Da ist vielleicht ein Secret... Und dann kriegt man auf einmal Damage... Wär uncool. Oder in... Ähm... In Marios Fall wäre es da... Also, weil ich gerade Mario gedacht habe... Weil da find ich's manchmal etwas... Unschlüssig... Ob man irgendwo runter kann. Ähm... Aber ist auch schwer... Weil ich mein... Das ist auf dem 2D-Screen... Und... Ja... Hm... Da ist die Kamera sehr statisch... Und hier... Bewegt sie sich halt sehr gut. Also in Marios Fall... Wird man dann instant sterben... Aber hier bekommt man zum Glück... Dann nur Damage. Also hier wär's nicht ganz so schlimm... Wenn das nicht so gut... Äh... Umgesetzt wäre. Aber es wär... Ah... Alter. Aber es wär trotzdem... Ärgerlich. Oder... Schade. Ich find das nicht so gut... Wir kennen's natürlich mit wer... Und äh... Ja... Gut, dass da nochmal ein Decker ist. Weil ich hätt echt keinen Bock gehabt... Nochmal... Zum Anfang zurück zu latschen. Na, komm her da. Nur weil ich so ein Pixel... Von dieser Suppe berührt habe. Alle... W... Was soll das denn? Ich springe doch. Aber Kirby will anscheinend nicht. Und ich hab auch eben auf Fliegen gedrückt... Als ich runtergefallen bin. Sehr, sehr komisch. Aber gut. Einfach hinter uns lassen und fertig. Nein, nach oben. Okay. Trifft drei fliegende Ziele. Ach du Scheiße. Wir sind aber hoffentlich nicht versteckt. Also nicht allzu krass versteckt. Also nicht allzu krass versteckt. Zumindest. Versteckt ist ja in Ordnung. Aber... Bei drei Zielen... Wenn die dann so heftig versteckt sind... Ah, weiß ich nicht. Also... Nicht falsch verstehen. Das wäre jetzt nicht krass versteckt. Aber... Die nächsten dann heftig versteckt werden. Das wäre... Äh... Bisschen Abfuck. Aber gut. Immerhin... Siege den zurückgelassenen Squishy. Okay. Na gut. Ähm... Obwohl ich es... Nach kurzem Überlegen vielleicht doch okay fände. Weil immerhin wissen wir ja jetzt, was wir... Machen müssen. Ja, hier ist eindeutig eine Schatztruhe drin. Aber... Ach so. Können wir den Sand wegpusten vielleicht? Ja, okay. Ich dachte erst, wir bräuchten die Graberfähigkeit. Aber nö. Wir können den Sand einfach wegpusten. Alles klar. Hä? War die hier schon vorher? Ah, ne. Die war wahrscheinlich durch Sand bedeckt, ne? Ja, okay. Dann würde ich kurz zurücklatschen. Und schauen, ob es da irgendwas gab. Wir haben ja jetzt... Ne. Okay. Weil die Sandhügel waren ja jetzt auch... Ein bisschen weiter hinter. Hätte ja sein können, dass es dann... Noch mehr weiter hinten gibt. Die haben gerade Ball gespielt, oder was? Mitten in der Füste. Na gut. Ah, und die Dinger kippen natürlich mal wieder nur um... Wenn wir dran vorbeigehen. Okay. Alles klar. Ah, okay. Ich dachte schon, dieses Mal wird es keine Benachrichtigung geben. Aber doch. Okay. Dafür gibt es einen weiteren Kristall. Hier, haut mal bitte ab. Oh, ey, die Schlange sieht cool aus. Die sieht echt verdammt cool aus. Und jetzt bin ich auch mal gespannt, ob wir den Ring weiter brauchen. Oder... Ja, okay. Hier sind... Viele Sandberge. Dafür werden wir es auf jeden Fall noch brauchen. Aber ob das später dann noch der Fall ist, nachdem die Sandberge dann weg sind... Wäre halt auch interessant zu wissen. Okay. Die hat richtig was mitbekommen, die Federina. Äh, nein. Au, au, au. Scheiße. Okay, bei dem Angriff... ...hilft es nicht zu flüchten. Da muss man... ...schon vorher weg. Alles klar. Ja, komm. Machen wir die weg. Weiß gar nicht, warum man... ...mittlerweile immer... ...äh... ...die Chance bekommt, den Gegner noch einzusaugen. Ich meine, das war in vorherigen Kirby-Spielen immer gut, wenn man... ...halt die Spezial-Power gebraucht hat. Aber... ...wenn man die jetzt besiegt... ...dann droppt die ja sowieso. Und wenn man sie braucht... ...dann ist da ja so ein... ...äh... ...so ein komischer... ...ja genau, sowas hier. Dann kann man die ja sowieso nochmal... ...äh... ...einsammeln. Also... ...macht irgendwie... ...absolut keinen Sinn, dass der Gegner nicht direkt stirbt. Aber okay, es ist... ...äh... ...äh... ...ein nettes Easter Egg. Oder eine nette Anspielung an die... ...vorherigen Kirby-Games. Okay. ...was die Kristall-Igel-Blaupause halten. Die war sehr einfach versteckt, die Blaupause. Jetzt frage ich mich, äh... ...ob es noch mehr dieser Blaupause... ...ach so, ne, ich muss das ja nicht... ...ob es noch mehr dieser Blaupausen gab... ...die, ähm... ...also ob die anderen auch so einfach versteckt waren... ...oder ob ich da... ...zurecht... ...dann vorbeigelaufen bin. Also ob ich... ...ob ich da einfach nur dumm war... ...oder ob, äh... ...die echt schwerer versteckt waren. ...und ich die deswegen nicht gefunden hab. So, und ich muss ja... ...ah, ich muss ja noch ein Ziel abschießen, ne? Ich weiß nicht, ob das hier... ...äh... ...in dem... ...in dem Bereich ist... ...aber ich würde gerne noch mal kurz schauen. Einen kleinen Moment. Boah, ey, ne... ...Giftfähigkeit wär auch cool, oder? Wo man dann so hier... ...solche Dinger... ...wo man dann solche... ...ääh... ...Pützen versprühen kann... ...wo die Gegnern... ...drin... ...also wenn... ...wenn die Gegnern da drinstehen... ...dass die dann Schaden bekommen. Womit man vielleicht auch dann durch die... ...ähm... ...durch diese Pützen laufen könnte. Das wär echt geil. Und ne, anscheinend... ...gibt's hier keine mehr. Hoffe ich mal. Also ich hab hier jetzt alles abgeschaut. Wenn's hier jetzt noch eins gibt, dann... ...ja. Dann ist das so. Da muss ich hier halt noch mal in den Level rein. Aber ich hab auf jeden Fall... ...alles dafür getan... ...um das Ding zu finden. So, und ist hier hinten jetzt noch was? Ne, also ich kann hier nicht lang. Da ist ne... ...unsichtbare Wand. Hier auch nicht. Moment mal. Moment, Moment, Moment. Okay. Die wurde mir gerade nicht angezeigt. Deswegen... ...wüsste ich nicht, ob ich das... ...einsaugen kann. Okay. Okay. Ich wollte es... ...zumindest probieren. Aber anscheinend kann man diesen Sandberg nicht wegpusten. Interessant. Na, die ganzen Gegner... ...beseitigen wir direkt. Mit der krassen... ...okay. Ne, mit der krassen Entdecker-Power. Oh, Moment. Das sieht hier... Ich mein, das... ...das ist ein gerader Weg, weswegen man... ...einiglich nichts verpassen kann. Aber es kann natürlich sein, dass hier ein bisschen... ...ä... ...ja, so ein... ...so eine Plattform ist oder so an der Seite. Das wär natürlich dann hart gemein. Aber... ...könnt ich mir echt gut vorstellen. Habe ich gerade so einen Vogel gehört? Ja. Doch, ich höre hier so einen Vogel. Hä? Okay, der ist doch hier. Ja, gut. Gut, es war nur ein bisschen komisch, weil... ...als ich zurückgegangen bin, wurde es leiser. Und als ich vorgegangen bin, wurde es... ...auch leiser. Und... ...es war immer nur weird. Also... Sorry für die kurze Verwirrung. Aber wir wissen ja jetzt, was Sache ist. Aua. Hau ab. Okay, ja, 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 okay, okay. Das ist also das Rätsel's Lösung. Sehr gut. Ja, hier ist aber noch was. Gut, dass ich geschaut habe, aber... ...ja, okay. Ist jetzt nur eine Kapsel, leider. Aber cooles Versteck. Man könnte ja meinen, okay, äh... ...wir haben da das Ding jetzt umgepostet. Und das war quasi schon das Secret, was es da drüben gibt. Aber nein, dahinter ist da noch was. Und hier ist ein Bonusraum. Alles klar. Dann lass mal sehen, was es hier gibt. Brauchen wir noch den Ring? Hm. Weiß es nicht. Nehmen wir ihn auf jeden Fall mal mit. Okay. Cool. Ja, wir haben den Ring noch gebraucht. Und wir haben alle Waddlelees. Sehr gut. Zumindest, äh, die im... ...hier im Level Versteckten. Ne? Uns fehlen natürlich noch welche. Indem wir noch das letzte fliegende Ziel treffen. Und, äh, noch... ...die, äh... ...dritte... ...Challenge absolvieren. Aber... ...wissen leider noch nicht... ...was die dritte Challenge... ...ist. Und ich hab's das Gefühl. Was doch alle Ziele... ...ähm... ...da in dieser... ...in dieser ersten... ...in dieser ersten Gegend da waren. Hm. Schade. Muss ich ja richtig dumm daran vorbeigerannt sein. Na, okay. Ah, na gut. Wahrscheinlich hat man's sogar im Video gesehen. Nur ich hab halt währenddessen auch gequatscht. Besiege Federina mit dem Ringstopfer. Ja, okay. Ich hätte echt nicht quatschen sollen. Währenddessen. Hab ich ein bisschen auf, äh, äh... ...die leichte... ...die leichte... ...ja, okay. ...die leichte Schulter genommen. Hab kurz pausiert, weil ich nicht... ...wusste... ...ob das... ...richtig gesagt ist. Auf die leichte Schulter? Sagt man das so? Ich... ...ist ja eigentlich auch egal. Man weiß, was ich mein. Und, ähm... ...ja, damit... ...wär der erste Level der... ...Wüstenwelt absolviert. Ich find's ziemlich geil. Muss ich sagen. Ich find... ...den... ...ich fand den Flair jetzt echt geil. Und die Musik ist auch top. Die ist sowas von geil. Und es gibt eine weitere Prüfung... ...mit dem kolossalen Schwert. Okay. Zumindest glaube ich, das ist die zweite. Okay. Alles klar. Äh... ...1,20. Okay. Also 1,40. Dürfen noch übrig bleiben. Komm, Kabi. Let's go. Nur ich weiß halt nicht, ob ich das hier alles so richtig mache. Ach du Scheiße. Bitte nicht. Bitte nicht, Alter. Okay, komm. Acht Sekunden. Ziel? Ja, Ziel. Haben wir es? Ich glaube, wir haben es, oder? War die Startzeit drei Minuten? Jawoll. Let's go. Okay. Wenigstens habe ich mich noch daran erinnert. Immer schön das Schwert aufladen gegen den Bossgegner. Sehr gut. Ich glaube, jetzt doch. Wir haben noch keine Prüfung mit dem kolossalen Schwert gemacht. Aber finde ich auch gut. Moment mal. Was ich etwas komisch finde, die Metanite-Schwertprüfung kam hier vor. Also schon in der Eiswelt. Interessant. Wecken und Sammeln. Fahrt der Hebebühne. Hä? Nein. Äh, ja. Okay, komm. Machen wir nochmal. Achso. Warum ich, äh, jetzt auch immer die, äh, die Prüfung nach dem Part machen werde oder schon gemacht habe. Bin mir jetzt nicht so sicher. Ähm. Ist einfach der Grund, weil ich es vermeiden möchte, dass manche durch die Prüfung gelangweilt werden. Und dass die, die dann nur für die Level einschalten, dass die dann einfach abschalten können, wenn ich in die Prüfung gehe. Und ja, das ist jetzt unglücklich. Eine Minute 1,30 hatten wir, oder? Okay. Okay, schon wieder acht Sekunden. Da ist ein Telepad. Ja, scheiße. Ja, ja, okay. wäre ich nicht so unlucky gewesen da gerade mit dem mit der Kanonenkugel. Dann hätten wir es geschafft. Komm, drauf da, Kirby. Und rüber. rüber. Okay. Let's go, sehr gut. Jetzt kommen wir aber auch echt gut durch. Und, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Hier war ich ja auch ziemlich unlucky. Ja, okay, dieses Mal schaffen wir es aber. Okay, dann ein bisschen gefailed. Aber jetzt kommen wir hier ziemlich gut durch. Und, ja, jetzt haben wir zwölf Sekunden. Komm, da können wir uns hier nochmal kurz treffen lassen. Kein Problem. Und da haben wir es easy. Let's go. Sehr, sehr schön. ja, nice. Dann war es das erste Mal für diesen Part. Ich bereite dann für den nächsten Part die Spezialpower, wie gesagt, vor. Und, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und, ciao. .